moin herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge let's play alles 17 hier nordfriesische marsch vierfach map 19 ohne gräben wir sind gerade dabei einen kleinen weizenberg von meinem silo an der bga abzutragen und hier ins silo zu fahren also ins hofsilo hier am eierhof den habe ich leider da aufgeschüttet hat sich einen falschen abfahrkurs beim dreschen hatte weil ich auch zu sehen den abfahrkurs hier vom bga silo genommen und ja so ist das so ist das ich muss hier mal ganz kurz nebenbei unseren server neu starten schon bin ich wieder da ja da kann ich auch so umfahren eben den weg machen dann kann ich mich gleich wenn dieser haufen da weg ist kann eigentlich einen cosplay kurs einfahren zum silo verkauf also zum lage verkauf ich bin ich bin ich bin ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, viel, also riesengroß kann er eigentlich nicht mehr sein, aber nicht so, ist glaube ich wirklich auch nur eine Fahrt gewesen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, so muss das eben laufen. So. 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 Ist. Das. It's it. Na, er fährt auch im Kreis. Verstehe ich nicht ganz, warum er hier im Kreis fährt, aber. Aber so läuft das dann schon. Na, dann ist da auch bald kein Streifen mehr drin. Macht er? Kreis fahren? Ne. Am Baum hängen. Wie liegt es? So, wie geht es? Wie liegt es? Wie liegt es? Wie liegt es? Auf, auf, auf. Wie liegt es? Da, 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 da. Ich bin Freunde. Komm. Mal gucken, was er jetzt macht, wo er jetzt hinfährt. Genau da, wo er hin soll. Da kann ich eigentlich gleich direkt dranbleiben, da vorne wegen des Deiches. Aber das Feld 26, schön schnell, relativ schnell abgesäht worden. Dann geht das jetzt auch ratzfatz mit den letzten Feldern. Soll wohl alles funktionieren. Mal beobachten. Ich bleibe einfach mal eben hier, um zu gucken, was hier passiert. Super. So, da sollte er ja auch gar nicht hoch. Der andere wird dann da Probleme kriegen, aber das ist dann so. Genau, er soll jetzt hier einfach nur rumfahren. Soll dann hier die letzte Bahn eben fertig machen. Das sieht doch gar nicht so verboten aus bisher. Ja, das jetzt schon. Ah, eine kleine Gedenkminute, oder was war das? Ah, dieser kleine Fatzen da. Den hätte er ja auch noch mitnehmen können, ne? Eigentlich. So. Feld 5, Kreislauf, oder was? Ne, noch nicht. Feld 5, Kreislauf, oder was war das? So. 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 Okay. So. 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 Well, das geht doch. das dann am anderen ende auch vernünftig macht noch mal eben die paar liter weizen da weg holen und dann können wir anfangen hier silo zu verkaufen wie viel sind sieben millionen durch 10.000 700 mal fahren bis hier das silo leer ist so Ja, 85, 30 muss aufgefüllt werden für die letzten paar Meter. Ganz klar, machen wir auch gleich. Ja, keine Frage. Wenn wir hier eben wieder abkippen. Für die letzten 20 Meter und er macht da wieder einen Aufkreislauf. Wobei, ich sehe auch gerade, wir haben schon völlig überzogen. Ja gut, das kommt durch meine lange Ruhephase zwischendurch, durch mein Telefonat. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl für die Zeit verloren. Und ja, ich sage erst mal ciao. Hinterlasst mir einen Kommentar, einen Like oder ein Abo. Und ja, ihr wisst Bescheid, ne? Facebook, Homepage, tralala, hopsassa. Und ganz wichtig, bei der nächsten Folge wieder einschalten. Und zugucken. Und ja. So, in diesem Sinn sage ich jetzt nochmal ciao.